9, 8, Zielwände, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Sprichung! Ja, was für Bilder, die wir da gerade sehen. Die riesige Staubwolke, die macht sich hier schon breit. Ich habe hier schon jubelnde Leute gehabt von dem Reichsteam, also das scheint pure Erleichterung zu sein. Wow, ich muss sagen, wir stehen hier direkt 250 Meter daneben, das ist schon ein tolles Gefühl. Ganz, ganz tolles Gefühl, das war eine ganz tolle Sprengung gewesen. Auch der Staub verhält sich richtig. Was heißt, richtig verhält sich der Staub? Er wird sich nicht zu uns herbegeben, denke ich mal. Und es ist ein bisschen Wind aufgekommen, der wird jetzt weggetragen. Und ich denke, das ist auch in wenigen Minuten zu sehen, was das Sprengergebnis gezeigt hat. Wir sollen mal zur Seite gehen, haben wir den Kollegen gesagt. Nein, 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 wir sollen mehr ins Bild gehen. Okay, die Kollegen sagen uns, wir sollen uns mehr Richtung Bild bewegen. Und wir haben hier noch mal eine richtig langsame Einstellung, wo wir noch mal die Sprengung des Turms sehen. Das wäre wichtig, das wäre so schön. Momentan. Ja, da sehen wir sie. Das ist der Kollaps, der sofort stattfindet und sehr, sehr ausgesprochen gut stattfindet. Sie sehen jetzt, der Kern ist freigelegt und jetzt hat schon die Faltung des Kernes begonnen. Von uns abgewandt, der obere Teil fällt sachgemäß. Also ganz, ganz toll. Das, was man sehen konnte bis jetzt, eine ganz perfekte Sprengung. Toll. Da können alle zufrieden sein, oder? Aber sehr zufrieden. Und ich denke, es ist nicht nur die Sprengfirma, die zufrieden sein kann. Alle Beteiligten, und auch in unserer Branche ist das natürlich eine sehr gute Referenz für die Sprengung als solches, für Abbruchssprengung insgesamt in Deutschland. Sind Sie erleichtert, wenn man diesen Turm so majestätisch fallen sieht, 50.000 Tonnen Stahl und Beton, dass das so einfach aussieht? Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, weil man doch zeigen kann, dass wir hier in Deutschland Experten haben, die in der Lage sind, so etwas ordnungsgemäß vorzubereiten und schadensfrei letztendlich auch auszuführen. Was ist denn jetzt momentan alles noch zu tun? Wir haben jetzt ein nebliges Bild vor uns. Man sieht nicht viel. Man hat gesehen in unseren Aufnahmen von der Sprengung, dass es gut gelaufen ist. Aber wie will man jetzt feststellen, ob nicht auch wirklich irgendwas zu Schaden gekommen ist drumherum?